Seit drei Monaten schon spielt der 69-jährige Bernd Butzbengel Melfight. Trotz Warnungen seines Doktors spielt Bernd inzwischen mehrere Stunden am Tag Melfight. Dr. Stefan Steißbein sagt dazu, es ist eine Gefahr für ihn und sein Umfeld, da exzessives Melfight-Spielen oft zu Gehirnschäden führt. Heute erfahren Sie alles über Bernds Melfight-Sucht in einer neuen Folge My Strange Addiction. So, jetzt zeigt euch mal der Bernd, wie man Melfight spielt, ne? Äh, man sieht's, meine Elo ist hoch. Offensichtlich, beim Aurelion Sol Support, Varus Mitte und Estrel Jungle. Was hast du gegen Varus Mitte? Oh, ich hab da gar nichts gegen, aber du stehst halt 0-0-0. Fuck him up, dude. Bam, bam. We are going in. There is no going out. Na, der stirbt nicht, oder? Fils blockt sein Auto-Tag mit meiner, äh, mein Auto-Tag mit seiner Ehe. Da hängt sich Hell yeah, du Trader. Oh, Hell yeah, der ist gestorben. Typical Tyler-One. My team is holding me back. Scheiß, Bronze-Team, Alter. Hypercary to Stana. Richtig Scheiße. Das ist einfach kacke. Also, ich bin, ich bin Bernd, seit 300 Minuten spiele ich jetzt schon. Ach, du Scheiße. Leave me alone. Nooo. Nooo. Seit drei Monaten spiele ich Melfeld und seit dem ersten Tag an, an dem ich Melfeld spiele, verspüre ich ein ungemeines Gefühl von, ja, Freude vor allem. Es macht einfach Spaß. Also, der Dr. Steißmann hat mir gesagt, ich habe eine erhöhte Chance auf Gehirntumore und eventuell könnte ich schon im kürzesten Zeitraum extrem viel Gehirnkapazität verlieren, aber ich bin da eigentlich anderer, was macht denn? Ei, 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 ei. Das Kamerateam hat mich ein bisschen blöd angemacht oder angeschaut, als sie gesehen haben, wie ich mit meinen Pflanzen umgehe, aber ansonsten. Yikes. Oh, ich habe Voltini, jetzt geht's wieder an. Alles auf Risiko. Warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. Ich habe keine Zeit mehr. Schön, Achill. Alltag, bin ich der Meinung, ist noch alles beim Alten. Ich habe meine Steinzucht jetzt natürlich, ganz erfolgreich auch. Die Leute stehen Schlange. Und ich bin auch der Meinung, die Steine wachsen noch relativ gut. Ich gieße die auch jeden Tag, ne. Dünger habe ich irgendwie noch keinen online gefunden, aber meine Steine brauchen keinen Dünger. Ei, fucking Liebchen. Oh, what the fuck? Was geht da rein? Ey. Was ist die Kallister? Big Boom, Big Big Damage, Big Boy. Ich will die weg. Ich mach's. Ich werde's tun. Ich werde die Welle. Ich werde die Welle. Am going to do it. Der ist wohl weg. Tschüss. Am going to do it. Ah, der ist nicht verflasht. Oh, der ist nicht verflasht. Oh, der ist nicht verflasht. Komm her, Liebchen. Freie Zone hier. Am going to do it. Am going to fuck her up. Ei. Boom, boom, I'm a big boy. Junge, was ist mit meinem Rechtsweg los? Na, heute wird nicht mehr bewegt. Ey, Intink. Ei, 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 auf Late, Son. Ah, fuck. Fucking Cunt. Jetzt, drei Mann. Okay. Kannst du überhaupt was machen? Oh, lol. Der Saiyan hat gar keinen Tank. Ei. Questionable Player. Die hatte ich fast noch gebumst, aber dann hat es die Idee, aber die wäre wahrscheinlich weggelernt. Ja, dann, äh, dann, der Heimer denkt, das AFK fehlt mir gerade auf. Ja. Der Wunder, dass wir gewonnen haben. Äh, ich meine natürlich, wer an so viel Angst hat vor Melfeld, dass man AFK geht, äh, kann ich natürlich nachvollziehen. Ähm. Gut. Gucken wir nochmal auf den Damage-Graphen, ne? So, dann haben wir hier... Oh, ich hab... Hey, let's play good. Hey. Gut. Null. Du hast mehr Damage-Graphen. Dann sag ich mal... Hello. Dann sag ich mal, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. An die 20 Leute, die es gucken. Könnt ihr ja gerne mal teilen, dann komm, vielleicht, hab ich mal vielleicht 25 aufrufen, aber wieder. Das hatte ich schon lange nicht mehr. Und ansonsten würde ich sagen, äh, ich stream vielleicht... Irgendwann nochmal, wenn das Video rauskommt, kann schon sein, dass es schon war vielleicht. Tschüss. Mann, es tut mich. Oh, fuck. Oh, tschüss. Warum in Vayden die in einem Normal-Game? Musik 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 Untertitelung. BR 2018